Am Tag der Steuergerechtigkeit stellt sich natürlich für ein Gewerkschaftsmitglied hier auch die Frage, ist es gerecht, dass Angestellte in der Tarifrunde mehr Geld bekommen haben und wir wieder mal leer ausgegangen sind. Ist das gerecht? Ist es nicht gerecht, ja. Gerade unsere Beamten leisten sehr gute Arbeit bei einer 42-Stunden-Woche. Unsere Tarifangestellten haben die 40-Stunden-Woche. Und die Frustration ist groß in den Ämtern, wird auch immer mehr zunehmen. Das spürt man auch momentan. Es fehlen auch viele Leute in den Ämtern, die eigentlich das Geld reinholen. Wir sind die einzigste Einnahmeverwaltung und von daher muss da unbedingt was geschehen. Und deswegen sind wir auch heute hier und wollen es, denke ich, auch mit Nachdruck zum Äußeren bringen, dass da was geschehen muss, dass unsere Leute für gutes Geld gut bezahlt werden.